Hey Schubert, was geht? Auf keinen was meinst, auf jeden was redest. So, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Wie gestern angesprochen sind wir heute in Weimar im Bullpark. Und die ganzen Dudes sind mit dabei. Und ich würde mal sagen, lass mir das rocken, oder? Auf jeden Fall. Jetzt, diese Zeit ist hier perfekt. Hey, ich hab wieder Fieber, spür die Sonne in mir. Geh Hand in Hand, los den Sommer mit dir. Wir sind mehr als bereit, wie die Sonne sich scheint. Der Moment perfekt, das ist unsere Zeit. Eskalation! Eskalation! Hallo Sonnenschein, sag ich jedes Tier. Oh, sagst du willst du blenden? Dann komm und geh mit mir. Sonnenbrille, bisschen chill und slow, motion, high speed. Am Pool trinken, Digger, Long Island, Ice-Kies. Du bist mein Wegleiter, ganz egal wohin wir gehen. Eskalieren und dann wanken wie im Windfahren wehen. So scheiße, Alter! Wenn ich die ganzen Klevenster sehe, dann warte ich gleich aufs Mauer, der Juri. Ist das geil. Hey, ich hab wieder Fieber, spür die Sonne in mir. Geh Hand in Hand, durch den Sommer mit dir. Wir sind mehr als bereit, wie die Sonne sich scheint. Der Moment perfekt, das ist unsere Zeit. Ich hab Fieber, Fieber! Ich hab Fieber, Fieber! Ich hab Fieber, Fieber! Eskalation! 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 Das war's am heutigen Vlog. Ich hoffe es hat euch gefallen. Hat es euch gefallen? Yeah! Eskalation! Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschau! ARD Text im Auftrag von Funk